Herzlich willkommen zum ersten Neumondhoroskop des Jahres 2023 und Mond und Sonne treffen sich im Zeichen Wassermann. Und es ist ein ganz spannender Neumond mit ganz, ganz interessanten Rundherum-Konstellationen. Bevor wir uns jetzt dem Neumond widmen, möchte ich dich noch kurz auf meine Valentinstagshoroskop-Aktion hinweisen. Kein spießiger Titel. Und zwar kann ich dir eine Partnerschaftsanalyse anbieten. Das heißt, dein Horoskop und das Horoskop deines Partners mit allen Stärken und Schwächen verglichen zu einem Superpreis um 35 Euro. Alle weiteren Infos findest du in der Beschreibung dieses Videos. So, und jetzt treffen sich ja Sonne, Mond im Wassermann-Zeichen. Wassermann, wir haben schon öfter darüber gesprochen, ist ja der Individualist, ist der Revolutionär, ist der, der vieles für alle gleich machen möchte und natürlich trotzdem etwas Neues bringen will, einen frischen Wind bringen will. Und das Besondere an diesem Neumond-Horoskop ist, ich blende es dir hier mal ein, dass sich Sonne und Mond auf ein Grad Wassermann treffen. Und das ist natürlich schon ganz cool, wenn das so an der Spitze eines Zeichens geschieht, heißt das meistens, da ist so eine gewisse, ja, da ist einfach so eine gewisse Aktivierung dieses Zeichens auch dabei. Also das sind so diese ersten Grade eines Zeichens, beziehungsweise so ein Häuser-Eingang, so ein Ingress eines Planeten in ein Haus, das bietet immer so ein besonderes Potenzial, da wird gerne hingeschaut. Und so auf ein Grad Wassermann treffen sich also Sonne und Mond. Und wer sich da auch schon herummanövriert, so herumliebäugelt natürlich mit Wassermann, ist der Pluto, der ja auch demnächst dann mal ins Wassermann-Zeichen rüberrutschen wird und dann wieder zurückgehen wird. Aber der steht da an der Grenze und deshalb haben wir Sonne-Mond-Pluto-Konjunktion. Zwar mit einem gewissen Orbis, also noch nicht ganz so dramatisch schlagend, aber er ist beteiligt. Und schauen wir uns einfach mal an, was das bedeutet. Gut, Wassermann will etwas Neues. Das heißt, da wollen auch alte Gefühle einmal ausbrechen, da wollen diese alten Sachen einmal gelöst werden, transformiert werden. Man will vielleicht aus alten Bahnen einmal aussteigen. Auch mit der Sonne zusammen. Und mit Pluto geht da natürlich ein tiefer Transformationsprozess auch in Gang. Auf der einen Seite bietet da Pluto eine wahnsinnige Beharrlichkeit auch zu sagen, ich bleibe da jetzt dran und löse Themen. Also mir fallen da als erstes auch so Familienthemen ein. Themen eventuell auch mit den Großeltern, mit den Ahnen über den Steinbock rein, wo man sagt, da kann sich jetzt etwas ganz gut lösen. Da kann etwas rausgehen, so auf der persönlichen Ebene. Und es sollen einfach wirklich so alte Ideen und alte Verhaltensmuster transformiert werden und können sich auch sehr gut transformieren. Denn zusätzlich zu dieser Energie gibt es ja noch eine gute Nachricht, nämlich es werden die Planeten jetzt alle vorwärtsläufig. Du hast es vielleicht gehört. Also am 12. Januar ist der Mars wieder direktläufig geworden in Zwilling. Am 18. Januar ist dann auch der Merkur gefolgt und ist wieder direktläufig geworden. Und am 22. Januar, wie ausgemacht, wechselt auch der Uranus seine Bahn wieder direkt nach vorne. Und das heißt, da geht eigentlich Energie in Schwung. Also wenn die Planeten wieder nach vorne gehen, du kennst ja vielleicht den Merkur rückläufig. Da ist es immer schwierig mit Verträgen und es steckt immer so ein bisschen so die Handlung. Und wenn der direktläufig wird, also da läuft, dann wieder etwas leichter und geht einem auch wieder leichter von der Hand und es geht auch wieder voran. Und zusammen mit eben Mars und Uranus sind jetzt dann wieder alle direktläufig, alle Planeten. Und da haben wir einfach einen Schwung, eine gewisse Dynamik mit rein und das mit Wassermann. Das heißt, es können in dieser Zeit einfach mal sich Tendenzen schneller umsetzen. Es gibt wieder positive Überraschungen oder es kann etwas sich sehr schnell wandeln, es kann etwas sehr schnell aufbrechen. Das heißt, es ist ein sehr dynamisches Horoskop, wo ich ein großes Veränderungspotenzial eigentlich drin sehe. Sowohl individuell, eben auch mit diesem Wassermann, als dann auch natürlich kollektiv. Wenn sich da etwas nach vorne bewegen kann und darf wieder. Wenn der Uranus natürlich wieder auch nach vorne geht, das ist auch so ein bisschen dieser Wertewandel, von dem wir da eh sprechen. Weil Uranus im Stier natürlich, also dass da auch wieder sich etwas mehr bewegt, der Umbruch da auch wieder aktiviert wird. Also schauen wir uns das mal an, was da auf uns wartet. Generell kann ich sagen, eine Zeit hoher Energie. Das heißt, du wirst Kraft spüren. Du solltest eigentlich ganz gut auch so aspektiert sein, beziehungsweise eine gute Power haben. Wir haben ein Jupiter-Sextil zusätzlich auf Sonne und Mond. Und dieser Jupiter, weißt du, der steht ja im Widder. Wenn du meine Jahresvorschau gesehen hast, Jupiter steht im Widder. Das heißt, es ist auch noch einmal aufgeladen und wirklich eine positive Struktur, eine positive Kraft da dahinter. Wenn etwas so viel Potenzial hat, sage ich mal, so viel Kraft hat, so viel Bewegung hat. Ich zitiere da jetzt mal das Bild dieser Carrera-Autobahn. Vielleicht kennst du die, wo du da die Autos da in diesen Schienen steuerst und du fährst zu schnell in eine Kurve. Naja, dann kann es halt sein, dass so ein Auto auch mal rausfliegt. Das heißt, nicht übertreiben in dieser Zeit auf jeden Fall. Und auch nicht zu viel, ich sage jetzt einfach mal, Fässer aufmachen oder zu viel Wirbel bringen. Also das würde ich da auf jeden Fall raten, dass man da nicht übermütig wird. Dass man nicht übermütig sich in irgendwelche Projekte womöglich reinstürzt oder sich zu viel aufhalst in dieser Zeit. Oder glaubt, ja, man muss besonders reinbeißen und eigentlich überarbeitet man sich dann. Also da würde ich ein bisschen darauf achten. Außerdem haben wir die Venus auch noch in Konjunktion mit Saturn im Wassermann. Und der Saturn, der hält das eh ein bisschen zurück. Das heißt, das kann auch sein, also das können auch Beziehungen sein, die da auf den Prüfstand kommen. Das kann auch sein, dass eine neue Beziehungsenergie sich da jetzt manifestiert, ein neues Bild in deinen Beziehungen sich manifestiert. Also auch in den partnerschaftlichen Beziehungen natürlich, dass da auch eine Transformation stattfindet. Also auch durchaus ein Wandel, ein Aufbruch da jetzt auch passiert. Oder eine, ich sage jetzt mal, realistische Prüfung. Was ist denn nötig? Was gehört denn neu gemacht? Venus im Wassermann in unserer Beziehung, in der Prüfung über den Saturn. Also auch das ist da durchaus ein Bild, dass man sich da jetzt so astrologisch herholen kann. Wir haben ein Jupiter-Mars-Sextil, der Mars in den Zwillingen und der Jupiter im Widder. Da heißt es natürlich auch ein bisschen sich zurücknehmen, also ein bisschen vernünftiger sein, auch in der Kommunikation oder nicht gleich herauspoltern mit irgendetwas oder womöglich Versprechen geben, die man gar nicht halten kann. Also im Gesamten ist es ein dynamischer, ein dynamisches Monat, was da jetzt so im Februar auf uns zukommt. Ich meine, es ist ja auch Faschingszeit, also mal schauen, was da noch alles auf uns lauert. Aber grundsätzlich gibt es viel Energie und viel frischen Schwung und viele Möglichkeiten. Und du solltest dich wirklich in dieser Zeit jetzt auch darauf fokussieren, eine eigene Vision zu haben, dein eigenes Bild auch so weit zu lösen, dass du sagst, ich löse mich von so alten, angespannten Mustern, damit ich in die Zukunft gehen kann und damit da etwas wieder Zukunft hat. Ob das jetzt eine Partnerschaft ist, ob das ein Familiensystem ist, also prüfe das einfach für dich. Ja, was wären so die wichtigsten Konstellationen des Neumondhoroskops am 21. Jänner 2023? Danke fürs Zuhören. Und wie gesagt, wenn du Inputs für deine Partnerschaft brauchst, und da stehen die Sterne gut dazu, nütze einfach mal meine Valentinstag-Aktion für Partnerschaftsanalyse für Partnerschaftshoroskope. Alle Infos findest du in der Textbox. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, am Sonntagabend habe ich einen Livestream. Da geht es vielleicht auch, wie du Energie nutzen kannst. Da rede ich mit dem Markus Kutscheber über Erfolg. Also es wird ein spannender Stream, so ab 3,25 Uhr, 8 Uhr. Es ist eh schon angekündigt hier am Kanal. Sei einfach dabei. Aus dem wunderschönen Linz. Alles Gute. Dein Oliver Ereni. Bis nächstes Mal. Tschüss.